So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Clubmitglieder, liebe Gäste, herzlich willkommen. Tom, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aktien-Round-Up an diesem wunderschönen Donnerstagvormittag. Ja, herzlich willkommen. Hallo Christoph, herzlich willkommen, liebe Clubmitglieder, liebe Gäste. Ja, ich freue mich. Let's go. Let's go, genau. Das ist noch im wohlverdienten Urlaub. Das heißt, du darfst weiter mit mir an der Seite spannende Aktientitel rausfischen, analysieren. Du hast wieder die Vorbereitung für diesen tollen Titel, den wir mal mitgebracht haben, gemacht. Und deswegen freue ich mich da ganz besonders, dass wir das zusammen vorstellen können. Wir haben heute mitgebracht, besonders du hast mitgebracht, Vielmann. Vielmann, ja, sagt es dir als Brillenträger wahrscheinlich sehr viel. Und uns als Hamburger natürlich auch sehr viel. Richtig. Ein deutsches Familienunternehmen mit Sitz in Hamburg und ja, sagt tatsächlich wahrscheinlich eigentlich allen was, aber ich fasse es gerne nochmal zusammen. 1972 gegründet, zählt Vielmann heute tatsächlich zu einer der weltweit größten Optikern oder Optikern und betreibt, ja, wie wir sie alle kennen, diese Vielmann-Geschäfte, Einzelhandelsoptiker, Einzelhandelsgeschäfte. Ist tatsächlich auch unter ein, zwei anderen Namen noch in Europa aktiv und hat gerade den Einstieg in den USA gewagt. Und ja, sehr interessant. Da bin ich ja gleich gespannt. Genau, ich glaube, der Spruch oder der Werbeslogan Brille, Vielmann sagt ziemlich jedem Deutschen, glaube ich, was. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die da nicht schon mal irgendwie mit in Berührung gekommen sind. Ich selber habe eine Brille auf. Ich selber bin auch tatsächlich bei Vielmann. Das ist irgendwie so selbstverständlich fast schon geworden. Man kennt ja auch gar keinen anderen, oder? Kennst du einen anderen? Doch, es gibt schon noch viele andere, also gerade in Hamburg. Ich persönlich jetzt nicht. Genau, es gibt viele andere noch. Du bist kein Brillenträger? Ich bin kein Brillenträger, noch nicht, noch nicht. Ja, aber genau. So, genau. Wir kommen ja gleich zu den Zahlen. Ich glaube, jeder hat irgendwann mal spätestens im Familienkreis mit einem Brillenträger Kontakt. Deswegen ist auch Vielmann, denke ich, mal ein Begriff. Vielmann haben wir das letzte Mal, ich habe gerade mal reingeschaut, vor circa anderthalb Jahren mal angeschaut. Da lag der Kurs deutlich tiefer als jetzt. Damals hatte ich auch beschrieben, wie man darauf Cash-Sicket-Putz, also wen das interessiert, das Thema, schreiben konnte. Mittlerweile ist der Kurs deutlich höher. Ich selber bin investiert, das sage ich jetzt gleich mal vorab. Bist du investiert in Vielmann? Ich bin tatsächlich nicht investiert. Und ja, nicht investiert. Okay, dann hast du mitgebracht. Lass uns einsteigen in Vielmann. Genau. Erst mal so ein bisschen schauen wir uns am Anfang mal so ein bisschen die Industrie an, die Branche an. Und hier zu Beginn direkt eine kleine Übersicht von Europa, von den Brillen- und Kontaktlinsenträgern in Europa. Und da sieht man das ganz schön, was für eine große prozentuale Anzahl überhaupt in Europa oder generell weltweit Brillenträger ist. Also wir sind eigentlich eine Mehrheit. Wir sind, ihr seid, ihr seid in der Mehrheit. Wir haben da gleich noch zwei, drei andere Statistiken noch dabei. Aber das ist einfach so ein bisschen als Überblick, dass es tatsächlich doch ein relativ interessanter Markt ist. Ein allgegenwärtiger Markt, der ja irgendwie, und den man so ein bisschen eigentlich vernachlässigt. Es sind ja am Ende sind es ja medizinische Hilfsprodukte, medizinische Produkte. Und aber eigentlich eins, was nicht so hochmargig ist wie andere medizinische Produkte. Da kommen wir später nochmal drauf zu. Ja, hier erst mal eine schöne Übersicht dazu. Genau. Also Deutschland, 68 Prozent der Menschen brauchen in irgendeiner Art und Weise Sehhilfen, Glase, Glases, also wirklich Brillen, Kontaktlinsen und so weiter. Das ist ja in Europa ein sehr einheitliches Bild. Ja, interessant. Gehen wir weiter. Was hast du mitgebracht? Ja, das ist so ein bisschen auch so ein bisschen das Gleiche eigentlich. Zeigt so ein bisschen, wie sich die Brillenträger in Deutschland, wie sich das so ein bisschen gewandelt hat in den letzten fünf Jahren und wie sich das die Kontaktlinsenträger in den letzten 20 Jahren gewandelt haben. Man sieht, dass der Trend hin zur Brille kann natürlich, hat wahrscheinlich viele Gründe. Einmal die bessere medizinische Versorgung, auf der anderen Seite verbringen wir natürlich heutzutage viel mehr, viel mehr Zeit vor Bildschirm, kleinen Bildschirm, großen Bildschirm. Ja, gucken mehr in die Nähe. VR-Brillen und der ganze Kram, das ist ja alles noch gar nicht, gar nicht richtig erforscht. Und man sieht ganz schön, oder was ich ganz interessant finde, dass ab den 60er Jahren über 90 Prozent der Menschen tatsächlich eine Brille tragen. Das heißt, der Markt für Brillenträger oder der Markt für Unternehmen wie vier, man ist gigantisch groß. Und das zieht sich natürlich über alle Länder und ähnliche Regionen hinweg. Ja, man sieht rechts noch den Anteil oder Prozentsatz der Kontaktlinsenträger, also so zweieinhalb bis drei Prozent. Jemand, den man regelmäßig oder gelegentlich halt irgendwie anschaut, ist auch ganz spannend so als Zahl, insgesamt so 5,5 Prozent. Das heißt, die meisten tragen schon noch eine Brille. Ich bin auch eher so ein Gelegenheits-Kontaktlinsenträger, wenn es mal passt, wenn ich es brauche beim Sport oder auch mal beim schönen Webinar, wenn man mal nicht die Reflexion auf der Brille haben möchte oder mal ein Video dreht. Aber es ist schon so, dass die Brille offensichtlich doch mehr Anteil hat. Also die Leute doch eher eine Brille tragen als Kontaktlinsen, ist ja auch nicht das angenehmste der Welt. Ja, interessant. Und es ist natürlich auch das einfachere Modell, es ist ja einfach die Brille aufzusetzen, anstatt dann morgens und abends den Kontakt... Du sprichst aus Erfahrung, ne? Ich spreche nicht aus Erfahrung, aber ich lebe tatsächlich mit einer Brillenträgerin zusammen und die schwört tatsächlich auch immer noch auf ihre Brille und nicht auf die Kontaktlinsen. Genau, wir haben es gerade schon gesagt, dieses Ganze nah am Bildschirm dran ist mittlerweile auch untersucht, sorgt auch dafür, dass diese Kurzsichtigkeit extrem oder nicht extremer zugenommen hat, ein Stück weit, weil das Auge nicht mehr so ganz oft, nicht mehr so viel in die Ferne schaut, wie das vielleicht früher der Fall war, früher in Anführungsstrichen. Gehen wir ein bisschen weiter rein. Hier sieht man die Anzahl der Filialen. Ja, so ein bisschen der Markt in Deutschland, wie sich der Markt entwickelt hat. Und man sieht ganz schön in dem oberen Teil der Grafik, sieht man ganz schön, dass die Anzahl der Fachgeschäfte rückläufig ist. Das heißt, es gibt immer weniger Fachgeschäfte, Brillenfachgeschäfte oder Optikerfachgeschäfte. Jedoch haben die umsatzstärksten, zu denen viel man auch gehört, das sehen wir gleich nochmal, die umsatzstärksten Unternehmen in Deutschland, die haben an Geschäften dazugewonnen. Und das ist so ein bisschen, ich würde sagen, fast schon eine kleine Konsolidierung. Natürlich nicht so extrem, wie wir es in anderen Branchen gesehen haben, aber langfristig zeigt der Trend auf jeden Fall zur Konsolidierung und zu Größeneffekten, Mengeneffekten, um dann Kostenvorteile zu sparen. Ja, das sagt letztlich, kleinere Geschäfte, die lohnen sich halt nicht. Man versucht, das in größeren Filialen sicherlich eingehen zu lassen, das ist das eine. Und wahrscheinlich auch, wo gewisse Ketten aktiv sind, also ich kenne ja in Hamburg auch diese kleinen Optikergeschäfte, das ist schon wahrscheinlich ein relativ harter Wettkampf dann auch gegen so einen Vielmann oder gegen größere Kette. Da gibt es ja noch andere, Apollo Optik und so weiter, dann noch zu bestiehen. Genau. So, hier haben wir sie mal, die größeren Unternehmen in der Branche. Die größeren Unternehmen der deutschen Branche, man sieht ganz schön ganz oben auf der 1 Vielmann, du hattest eben gerade schon Apollo Optik angesprochen, da muss man bedenken, dass Apollo Optik in einem Franchise-Modell arbeitet und tatsächlich bei Vielmann gehören tatsächlich dem Unternehmen alle Geschäfte und das Unternehmen betreibt auch alle Geschäfte. Nicht nur in Deutschland, hier sehen wir jetzt alle Niederlassungen in Deutschland, das sind knapp 600 Stück. 2023, da sind dann jetzt noch mal knapp 100 dazugekommen durch die Akquisition in, ja, Akquisition in den USA ist da natürlich jetzt nicht dabei, aber insgesamt haben wir knapp 1000, 1100 Geschäfte. Stand jetzt letzter Geschäftspunkt, das heißt Ende 2023. Und man ist da natürlich selbst über Apollo Optik oder Pro Optik, die mit einem Franchise-Modell arbeiten, was natürlich so ein bisschen besser, mit dem man einfach so ein bisschen besser expandieren kann, ist man da trotzdem immer noch drüber. Ja, das heißt der Umsatz pro Filiale bei Apollo ist kleiner, das heißt die Filialen sind wahrscheinlich auch an sich kleiner. Und vielleicht noch ganz spannend zu sehen, es gibt hier diese beiden, die eigentlich ganz oben stehen vom Umsatz her, dahinter kommt erstmal nicht so viel. Mr. Spex kennt vielleicht der eine oder andere noch so als online, da kann man also online eine Brille auch probieren, aber da gibt es wahrscheinlich auch dann so, wie steht da, sowas wie Partner Optik, ja, man kann also auch irgendwo lokal sich das wieder anschauen, aber da ist schon ein großes Gap zwischen den Marktführern sozusagen, was den Umsatz angeht und den anderen. Genau, und dann der kleine Text rechts fasst es am besten eigentlich auch relativ gut zusammen, dass die umsatzstärksten Unternehmen, das hatten wir auch in der Grafik eben gerade schon gesehen, die umsatzstärksten Unternehmen haben tatsächlich, oder wie du es gerade schon gesagt hast, die größten Unternehmen sind dann tatsächlich auch die umsatzstärksten und ziehen tatsächlich einen riesigen Teil des Umsatzes und Marktanteilen an sich und ja, machen das tatsächlich seit Jahrzehnten, besonders bei Vielmann hat man das gesehen, eine richtig schöne Expansion in den letzten 50 Jahren, das ist ja fast jetzt schon. Ja. So, gehen wir aber weiter, das sind die Marken der Vielmann-Gruppe, also Vielmann ist halt nur in Deutschland wirklich als Vielmann, also nicht nur in Deutschland, also auch woanders, aber in Deutschland eben jetzt als Vielmann war, es gibt aber noch andere Marken, die Vielmann letztlich hat. Ja, genau, wir sehen jetzt die Marken unten noch mit drunter, Optica, Klarus, Klarus, ich hoffe, das spreche ich richtig aus mit den spanischen Namen, da möchte ich mich gar nicht versuchen, aber man sieht hier ganz schön, dass Vielmann tatsächlich auch in Osteuropa relativ stark ist, auch unter dem Markennamen Vielmann und natürlich auch ein Omnichannel-Modell betreibt. Das heißt, man kann auch, wie du es eben schon meintest, online sich die Brillen anschauen und dann ins Vielmann-Geschäft gehen und dann mit sich quasi auf Fotos die Brille schon aufsetzen. Ich meine, was heute alles möglich ist, ist ja dann schon verrückt. Ja, hier so ein bisschen die Ausbreitung, die Übersicht von den USA habe ich jetzt nicht mit dazu genommen. Da hat man knapp 80 Geschäfte mit der letzten Übernahme, die man da getätigt hat. Ja, ist da tatsächlich auch eher im Osten der USA tätig. Okay. So, zur Geschichte. Ja, gehen wir zur Geschichte. Die Gründung ist 1972 passiert. Günter Vielmann hat das Unternehmen geführt und auch bis auch noch vor fünf Jahren auch geleitet. Und der war damals als Optiker, in seiner Ausbildung als Optiker, hat er sich viel damit beschäftigt, wie der Verkauf von Brillen modernisiert werden kann. Damals war das viel so, dass es gab ja tatsächlich nur diese Kassenbrillen, da gab es acht Stück und die wurden auch relativ unschön verkauft, sage ich mal. Und er war halt der Erste, der angefangen hat mit diesem Vielmann-Konzept. Das ist ja ein relativ modernes Konzept, alles liegt offen, das erinnert ja so ein bisschen immer an Apple, finde ich. Die Läden sind ja relativ modern, ich war tatsächlich auch schon mal in einem drin, sind relativ modern gestaltet und damit war er einer der Ersten. Er hat dann relativ viele Zusatzleistungen kostenlos angeboten und das hat ihn so ein bisschen abgegrenzt von der Konkurrenz und hat ihm relativ früh dann den Erfolg gebracht. Ja, eben schon angesprochen, gab es in den ersten zehn Jahren, hat er eigentlich immer nur die Kassenbrillen verkauft, hat dann einen Sondervertrag mit der AOK geschlossen, um quasi die Modellreihen oder die Modelle zu erweitern. Und dann sind aus acht Modellen knapp 90 geworden und es ist so ein bisschen die Modernisierung der Optikerbranche ist so ein bisschen in Kraft getreten da. Also ich musste da nicht, das hässliche Kassengestell war dann nicht mehr ganz so richtig der Aussage, man konnte dann bei vielmann ein bisschen hübscheres Modell auch bekommen. Ein bisschen hübscheres Modell und man konnte sich natürlich auch so ein bisschen abheben. Es gab natürlich vorher auch Brillen, andere Brillen, modernere Brillen und Markenbrillen, die waren natürlich aber für viele Leute einfach nicht verfügbar, einfach preislich, ganz andere Geschichte war. Du hattest es eben schon angesprochen, 85 wurde dann das erste Mal der Spot ausgespielt mit dem weltweit bekannten Slogan, ich glaube deutschlandweit nur bekannt, Brille Vielmann und der hat sich ja tatsächlich auch eingebrannt. Also wenn ich an Brillen denke, denke ich nur an Vielmann. Genau, also Marketing-mäßig ein Crew könnte man heute sagen. Sicherlich nicht so einfach gewesen, einfach nur das einmal so in die Welt zu bringen, sondern die ganzen Spots, die ganze Werbung zielt da eben auf diese Einfachheit natürlich drauf. Wenn du eine Brille brauchst, gehst du zu Vielmann oder Brille ist ja klar Vielmann. Das ist ein sehr einfacher Spruch, den muss man natürlich gut etablieren als Marke, aber hat funktioniert und das Konzept ist ja nicht nur, dass dieser Spruch in die Welt gesetzt wird, sondern wenn man heute zu Vielmann geht, und das ist sicherlich schon seit vielen Jahren so, ist das Konzept eigentlich sehr einfach. Man sucht sich eine Stelle aus, man wird durchgemessen, es wird fertig gemacht. Und ich glaube, diese Einfachheit, die zumindest vordergründig erstmal so suggeriert wird, die kriegt man hintenrum dann auch geliefert, ein Stück weit. Natürlich gibt es dann viele kleine Details, aber die möchte man am Anfang eben im Erstkontakt mit der Marke komplett vermeiden und macht das eben ganz einfach. Hat echt gut funktioniert bis jetzt, also wird so wahrgenommen. Und heute muss man, ich weiß nicht, wann ihr oder mein letztes Mal so einen Werbespot gesehen habt von Vielmann, ich habe ihn seit Jahren nicht mehr gesehen. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht mehr so viel Fernsehen schaue, aber es ist tatsächlich so, ich habe ihn lange keine Spots mehr gesehen von Vielmann. Das heißt, das ist so eingebrannt bei den Menschen, offensichtlich, dass es gar nicht mehr nötig ist, dieses nochmal wieder zu wiederholen. Aber ich glaube, wenn es noch Spots gibt, oder da könnt ihr ja gerne mal schreiben, wann ihr das letzte Mal den Spot gesehen habt, dann würde man wahrscheinlich genau den gleichen Spot sehen. Brille Vielmann. Das wäre zumindest am Ende der Slogan, auf jeden Fall, aber es ist kaum noch notwendig, das nochmal zu wiederholen, weil es tatsächlich sehr stark eingebrannt ist. Interessant wäre dann natürlich zu überlegen, wie ist das wohl in den anderen Ländern, in den englischsprachigen Ländern, ob es da wohl so ein ähnliches Konzept gibt. Hättest du mal recherchieren können? Hätte ich mal recherchieren können. Wer macht denn hier die Recherche? Naja, weiter geht's, weiter geht's mit Aktien. 1994 hat das Unternehmen dann den Börsengang gewagt, immer noch unter der Führung von Günther Vielmann. Eine relativ spezielle Situation haben wir bei der Aktie von Vielmann. Die wird noch zu 71 Prozent werden die Anteile noch von einer Familienstiftung gehalten. Das heißt also, dass die Familie ist da noch kontrollierend und maßgeblich mitverantwortlich für Entscheidungen und kann eigentlich so ein bisschen durchregieren, Unternehmensentscheidungen durchregieren. So, gehen wir weiter. Ja, da hat man 2002 relativ großer Sprung jetzt. 2002 mit der Beöffnung des Produktions- und Logistikzentrums in Rathenau, würde ich mal sagen, das ist Rathenau bei Brandenburg. Tatsächlich die Stadt der Optik, da gibt es eine relativ lange Historie mit Augenoptikern, aber hat ja nicht wirklich was zur Sache jetzt gerade, hat man so ein bisschen angefangen, auf den Zwischenhandel zu verzichten und konnte dadurch noch mehr Kostenvorteile schaffen und hat sich einfach noch mehr in die Augenoptische Branche integriert und ist seitdem als Designer, Hersteller, Großhändler und als Optiker aufgetreten und deckt damit halt die komplette Wertschöpfungskette ab und hat natürlich gegenüber anderen Unternehmen, die diese Wertschöpfungskette nicht abbilden, besonders kleineren Unternehmen oder der kleine Optiker von nebenan, massive Preisvorteile und Kostenvorteile, die natürlich dann an die Kunden weitergegeben werden. Ja, 2019 nochmal ein relativ großer Sprung, hat dann Marc Fielmann, der Sohn, die Rolle des Vorstandsvorsitzenden von seinem Vater übernommen, der Vater auf der rechten Seite, Marc Fielmann, kennt man eigentlich auch hier in Hamburg, oder? Also ihn als Persönlichkeit, ich hatte irgendwie, ich habe ihn persönlich noch nicht gesehen, aber ich hatte irgendwie relativ häufig mal was über ihn gesehen, Hamburger, große Hamburger Persönlichkeit würde ich ihn mal nennen, war damals 30 Jahre alt, hat das Familienunternehmen übernommen und ist jetzt tatsächlich in der Rolle des CEO und unter ihm ist so ein bisschen die internationale Expansion vorangetrieben worden. Das US-Geschäft, was jetzt aufgerollt wurde, das geht auf seine Kappe und besonders auch die Erweiterung nach Südeuropa, Italien, Spanien hat er auch massiv vorangetrieben. 2022, wir hatten eben schon kurz drüber gesprochen, das Unternehmen 50 Jahre alt geworden, zu dem Zeitpunkt, oder jetzt immer noch, ist Fielmann der größte Augenoptiker in Zentraleuropa und weltweit der größte, der drittgrößte Optiker weltweit doppelt gemoppelt. Genau, 2023 hatte es eben schon, oder Ende 2023 in den Q1-Zahlen war es schon so ein bisschen zu sehen, hat man dann den Schritt auf den US-Markt gewagt, hat dafür die SBS Vision übernommen, das ist auch ein Einzelhändler, Optiker-Einzelhändler und das digitale Startup B-Fitting übernommen und so ein bisschen diese digitale Strategie auch in den USA einzuführen und den Kunden einfach ein ähnliches Einkaufserlebnis zu bieten, wie man es aus Deutschland kennt. Die kennt es natürlich nicht, aber man möchte mit der gleichen Strategie, die man in Deutschland oder Europa gefahren ist, quasi auf den US-Markt eindringen, weil der natürlich viel größer ist, viel lukrativer ist und wir haben das eben gesehen, wie das aussieht mit den, jetzt bin ich gerade raus. Mit den Werkstattungskästen vielleicht, genau. Eine Frage dazu, diese Übernahme dieser Einzelhändler und ja auch dieses B-Fitting des Startups, Digital Startup, das heißt, da geht es auch wirklich um digital anprobieren eine Brille? Genau, genau. Das B-Fitting, das ist tatsächlich das digitale Anprobieren und das SVS Vision, das ist tatsächlich einfach der Optiker, das sind dann die Geschäfte auf der Straße, die man dann übernommen hat. Man arbeitet da dann auch unter der SVS Vision Marke und arbeitet nicht mit der Vielmann Marke, weil die natürlich da schon so ein bisschen bekannter ist. Ja, also bis jetzt, was du mir jetzt alles vorgestellt hast, würde ich sagen, okay, Vielmann, die haben die ganze Wertschöpfungskette bei sich oder sehr großen Teil der Wertschöpfungskette bei sich. Sie haben ein großes Finalsetz, haben also einen guten Burggraben, eine gute Marke, auch ein Geschäftsmodell, was ja ein Stück weit immer wiederholend ist, weil eine Brille, also meine Brille hält jetzt nicht ewig, ich muss sie irgendwann austauschen. Es gibt auch eine Art Kundenbindung über dieses, ja, 0 Euro Brille, 0 Euro Gestell quasi, weil man sagt, ja gut, das ist eine Art Versicherung, die man auch abschließt, da zahlt man irgendwie 10 Euro alle zwei Jahre oder jedes Jahr, dann bekommt man immer wieder regelmäßig ein neues Gestell. Der Trick, natürlich ein Trick dahinter ist natürlich, dass man trotzdem die Gläser zahlt und je nachdem, was man für ein Seeproblem hat, können Gläser sehr viel Geld kosten und wenn man die Wertschöpfungskette auch für die Gläser irgendwo mit drin hat, wird man natürlich dann entsprechend Geld verdienen. Jetzt kommt aber der zweite Teil und dann ist jetzt, wow, man möchte jetzt in den US-Markt reingehen. Das klingt erstmal lukrativ irgendwo schon, aber so ein Markt, wer das kennt oder der das weiß, wenn man einen neuen Markt betreten möchte, also A, muss da ja schon jemand sein und B, ist das immer mit sehr hohen Kosten auch verbunden, ein Stück weit, wenn man einen Markt wirklich erschließen will oder auch einen Markt wirklich entwickeln möchte. Man kennt sich erstmal vielleicht noch nicht so gut aus, übernahmen sich ein guter Weg, aber trotzdem ist da vielleicht ein gewisses Risiko verbunden. Deswegen bin ich gleich mal gespannt, wie das sich in den Zahlen bis jetzt zumindest irgendwie niederschlägt. Ja, ich sage mal so, das Risiko in einem neuen Markt ist natürlich immer vorhanden. Man kennt den Markt nicht, man kennt natürlich den Optiker-Markt und den Optiker-Einzelhandelsmarkt, aber man kennt den US-Markt nicht, man weiß nicht genau, wie die Kunden da auf die Marken reagieren und deshalb, glaube ich, arbeitet das Unternehmen tatsächlich auch mit einer lokalen Marke und bringt nicht das europäische Modell einfach rüber und versucht dann da unter Vielmann oder einer der anderen Marken aufzutreten, sondern geht tatsächlich den Schritt über die Übernahme, um so ein bisschen, ich will nicht sagen, in das gemachte Nest zu kommen, aber um so ein bisschen einfach schon Strukturen, Logistikstrukturen zu haben, um dann darauf aufzubauen. Okay, schauen wir rein in die Zahlen. Also, Vielmann, 23.000 Mitarbeiter, also schon kein kleines Unternehmen mehr. Man sieht hier direkt, Dividende 2,2 Prozent, das heißt, ist das ein Dividendentitel? Ja, Dividendentitel jetzt zuletzt ein bisschen gesenkt, die ganze Corona-Geschichte hat so ein bisschen auf die Margen gedrückt, dementsprechend wurde die Dividende ausgesetzt und jetzt zuletzt gesenkt, aber da haben wir ja nachher nochmal eine Folie. Genau. So, Umsatz, das ist jetzt das Geschäftsjahr 2023, also das letzte abgelaufene Geschäftsjahr, rund 2 Milliarden Euro, also auch, man liegt unten, die Marktkapitalisierung liegt bei 3,7, das heißt, ein Stück unter der Marktkapitalisierung, das heißt, das Unternehmen ist jetzt nicht krass überbewertet, zumindest nach jetzigen Stand nicht. Krossmarge 36 Prozent, man sieht also, mit jedem Umsatz, den man macht, mit jeder Brille, die man macht, hat man zumindest eine ganz gute Marge, aber es ist eben kein IT-Unternehmen, wo man jetzt 80, 90 Prozent hat, sondern man muss schon noch ein bisschen was hinten draufstecken an Materialkosten, an Personalkosten usw., um so ein Produkt herzustellen, also eine Brille oder eine Kontaktlinie herzustellen. Ich will Kontaktlinie nicht herzustellen, aber zu vertreiben. Profitmarge 7 Prozent, da sieht man, wow, das ist am Ende schon trotzdem noch ein hart umkämpftes Geschäft? Einzelhandel. Es ist Einzelhandel? Doch, Einzelhandel. Man ist natürlich ein bisschen höher margiger als jetzt normale Lebensmitteleinzelhändler oder andere Einzelhändler, aber es ist am Ende ein Einzelhandelsgeschäft und man hat die Geschäfte, man muss die Geschäfte unterhalten. Du hattest das eben mit den Mitarbeitern erwähnt, man muss die Mitarbeiter unterhalten. Man muss die ganze, dadurch, dass man halt die ganze Wertschöpfungskette abdeckt, muss man natürlich diese auch unterhalten, um natürlich seine besondere Position in dem Markt halten zu können. Und das drückt natürlich auf die Margen. Genau, aber man sieht sehr schön, zumindest zum Vorjahr, ein Umsatzwachstum, ein Gewinnwachstum. Wenn wir gleich nochmal auf den Aktienkurs schauen, sieht man ja auch, ich kann es ja schon mal hier aufmachen, dass es die letzten Jahre ein bisschen bergab ging. Seitwärts. Hier, genau, hier sieht man das. Hier ging es bergab von, also hier war das Corona-Tief einmal und dann ging es hier bergab. Das heißt wahrscheinlich, hoppala, jetzt gehe ich kurz zurück, dass wir hier zumindest einen Umsatzrückgang und auch einen Gewinnrückgang hatten. Der Kurs ist entsprechend mitgegangen und dann ist natürlich jetzt zum Vorjahr, sozusagen, eine Art Turnaround geschafft. Umsätze steigen wieder an, Gewinne steigen wieder an und man hat die Margen auch ein Stück weit, wie man hier unten sieht, verbessert. KGV 28, das ist so okay. Würde ich auch noch als so okay einzeichnen. Genau. Kurz-Unders-Verhältnis ist gut, Verschuldungsgrad ist gut. Man ist offensichtlich sehr gut, man kann sehr gut seine Schulden bedienen. Das ist ja diese Interest-Payment-Coverage-Ratio. Das heißt, wie viel gut kann man aus dem Gewinn seine Verbindlichkeiten decken und der Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren bei acht Prozent. Das heißt, der Umsatz ist gewachsen in den letzten fünf Jahren sehr gut, aber und daher kam auch sicherlich hier dieser absinkende Aktienkurs. Man hat in den letzten Jahren eine Zeit lang zumindest definitiv kein Wachstum im Gewinn gehabt. Ja, auf jeden Fall. Also der Umsatzwachstum nicht auch im Gewinnwachstum. Genau, man hat einen deutlichen Margendruck gehabt, Gewinnrückgang gehabt, besonders in den Jahren 22, die Quartale durch. Man war nie negativ, aber man hat das natürlich trotzdem gespürt. Man hat die Inflation gespürt, dadurch, dass es natürlich auch ein materialintensives Geschäft ist, hat man einfach den Druck gespürt. Dividendrendite beim aktuellen Kurs bei 2,2 Prozent. Die Dividende wurde gekürzt, sagtest du? Ja, genau. Wir haben ja gleich noch die Dividendenübersicht. Okay, guck mal gleich drauf. Genau. Okay, das ist die Prognose? Ja, das Unternehmen hat nur so ein bisschen so eine kleinere Prognose rausgegeben. Für das Geschäftsfahrt 24 rechnet mit einem moderaten Umsatzwachstum, ähnlich wie das jetzt aus dem letzten Jahr. Was ich tatsächlich ganz interessant fand, die 2,2 Milliarden Euro würden in 9,2 Millionen verkauften Brillen resultieren. Und die Zahl fand ich tatsächlich nochmal ganz interessant. Das Unternehmen versucht oder ist natürlich auf dem Weg, wie es im Moment alle so ein bisschen sind, zu restrukturieren und die Profitabilität zu steigern. Der Vorstand rechnet jetzt im kommenden Jahr oder in diesem Jahr auch mit einer Steigerung der Profitabilität einfach eine Margenausweitung jetzt nach dem Rückgang der letzten paar Quartale. So, jetzt kommen wir zu dem schon angesprochenen Dividenden. Man sieht, dass die Dividende in 2019, also man sieht ja hier immer die Dividendenzahlung absolut, hoppala, die Dividendenzahlung absolut als blauer Balken und 2019 ist ja ausgesetzt worden, ein Jahr und entsprechend natürlich auch eine negative Steigerungsrate. Aber sonst, ja, gab es eigentlich wenig Steigerungen, also ganz leichte Steigerungen, zuletzt wieder ein bisschen mehr. Liegt wahrscheinlich daran, dass man jetzt wieder auf dem Pfad oder den Turnaround geschafft hat, irgendwie Dividenden wieder ein, wieder gesteigert hat. Also man sieht es ja hier, 2022, 2023 und man schätze mal, ist es denn vorgesehen, dass man 2024 Dividende auch erhöht? Das sind jetzt tatsächlich, man muss das ja immer überlegen, deutsche Unternehmen zahlen ja dann meistens aber nur einmal im Jahr aus. Das heißt, die 19er Dividende, es ist quasi die Dividende für das Geschäftsjahr 2019, die aber dann im Jahr 2020 gezahlt wurde. Deshalb wurde 2020, kommt jetzt auf der Grafik ein bisschen falsch rüber. Sieht es aus, als würde für 2020 Dividende gezahlt wurden. Aber das Unternehmen hat halt einfach gemerkt, okay, in der Situation Anfang 2020, wir alle erinnern uns, wie da die Situation war, zahlen wir keine Dividende. Jetzt hat man so ein bisschen den Turnaround geschafft. Was so ein bisschen vorher das Problem war, du hattest das eben angesprochen, mit dem relativ niedrigen, einstelligen Dividendenwachstum, war, dass die Ausschüttungsquote relativ hoch ist. Dadurch, dass natürlich die Familienstiftung Hauptaktionär ist und auch Hauptanteilseigner und Hauptstimmanteilseigner, die Hauptstimmrechte hat, kann man quasi eigentlich jede Dividende, die man möchte, durchdrücken. Und das ist so ein bisschen das Problem gewesen vor Corona, weswegen dann die Ausschüttungsquoten vom Gewinn teilweise auf 80, 85 Prozent waren. Also wenn der Gewinn zurückgeht, muss man sofort die Dividende eigentlich kürzen? Da muss man sofort die Dividende kürzen, aber man verprellt natürlich damit die Aktionäre, aber der Großhauptaktionär ist man natürlich selber. Dementsprechend ist das natürlich dann am Ende auch eine Gefahr. Genau, das heißt aber, man war in all dieser Zeit auch profitabel und man hat letztlich nichts anderes gemacht, als man war mit der Ausschüttungsquote schon sehr nah an den 100 Prozent wahrscheinlich. Genau. Man musste aufgrund von dann fallenden Gewinnen einfach auch die Dividende kürzen, weil es gar nicht anders ging. Genau, genau. Und dann hat man sie einfach ein Jahr ausgesetzt. Danach ist man ein bisschen niedriger wieder eingestiegen und ist jetzt so ein bisschen auf dem Erholungskurs. Die Lücke in 2022 ist der Inflation geschuldet, wo man da nochmal zurückgelegt hat. Und jetzt hat man sie für dieses Jahr nochmal oder für das vergangene Jahr liegt der Vorschlag 33 Prozent jetzt von dem letzten Jahr bei knapp einem Euro. Ja, also letztlich ist es so, wenn die Ausschüttungsquote hoch ist, heißt es ja, dass mehr oder weniger die Dividenden mit dem Gewinn mehr oder weniger mitlaufen. Sondern hier hat man sie immer ausgesetzt. Genau. Insofern, so sieht es aus. Okay. Gucken wir nochmal auf die Zahlen. Also in der Summe, man sieht eben, das Dividendenwachstum war rückläufig. Entsprechend gibt es ja auch keine Wachstumsrate, die man behalten kann. Das wird dann also spannend, denn für die nächsten Jahre, ob man jetzt ab dieser Wachstumskurs zum Beispiel, den man auch in USA jetzt anstrebt, ob der funktioniert, ob das Geschäft auch weiterhin in Europa und so weiter stabil bleibt. Wie gesagt, eine starke Marke, das Unternehmen ist profitabel durch auch Corona durchgekommen und so weiter, alles gut. Aber eben ein Unternehmen, was jetzt natürlich, wenn man mal das Kerngeschäft ansieht, erst mal jetzt nur wachsen kann, indem es auf andere Länder z.B. ausweitet. Deutschland hat jetzt kein riesiges Bevölkerungswachstum und auch das Folgegeschäft ist halt stabil, aber man kann jetzt nicht einfach mal verdoppeln von den Zahlen. Nein. Das heißt, man muss expandieren in andere Länder. USA ist ein Beispiel. Im europäischen Raum läuft diese Expansion sicherlich auch noch weiter, da ist man hier noch nicht am Ende. Aber, glaube ich, ein eher konservatives Unternehmen, was jetzt nicht einen harten Wachstumskurs fährt. Man sieht es ja auch, die Verschuldung ist relativ gering, das heißt, man wird sehr viel aus eigenen Mitteln auch machen. Auch jetzt aktuell die Finanzierung von Bremskapital ist auch schwieriger. Die ist tatsächlich auch aus eigener Mittel bezahlt. Kommen wir zu Pro und Contra. Du hast es angefasst. Genau, die Pro und Contra. Ich würde sagen, der Hauptvorteil, den das Unternehmen hat gegenüber den Konkurrenten, ist einfach, dass es Marktführer in Europa ist. Das ist ein sehr etablierter Markt, sehr profitabler Markt, global betrachtet. Und das Unternehmen ist in vielen Ländern, in denen es aktiv ist, Marktführer. In Deutschland hat man knapp 50 Prozent Marktanteil der verkauften Brillen. Und das würde ich sagen, ist einer der größten Punkte. Wir hatten es eben schon angesprochen, der gute Slogan Brille Vielmann, die Bekanntheit und das Markenimage von Vielmann ist natürlich einfach gigantisch groß. Besonders hier in Zentraleuropa kennt man das Unternehmen und verbindet es sofort mit Brillen. Ich persönlich kannte vorher keinen anderen Optiker. Bei Apollo Optik habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen. Aber man merkt ja richtig, die Grundeinstellung zur Brille ist einfach Vielmann. Jetzt zuletzt noch eine kleine Wachstumschance, die Expansion in den USA, wir hatten eben schon darüber gesprochen, aus eigenen Mitteln bezahlt. Ist natürlich immer, kann natürlich Pro und Contra sein, je nachdem, wie es jetzt in den nächsten Jahren läuft. Ich würde es aber eher als Pro-Argument einschätzen, da man einfach, ja einfach versucht, neue Marktanteile für sich zu beanspruchen und auf neue Märkte geht. Auf der Contra-Seite. Contra-Liste. Wir hatten das eben schon, oder ich hatte das eben schon kurz angesprochen, knapp 71% der ausstehenden Aktien sind in Hand der Vielmann-Stiftung und die Gründerfamilie kann quasi somit nahezu uneingeschränkt Unternehmensentscheidungen treffen. Beispielsweise wäre jetzt, ein Beispiel dafür wäre jetzt die Dividendenausschüttung und die Höhe der Dividende oder Dividendenkürzung. Anderes, ein anderer Kontrapunkt, du hattest es eben auch schon kurz angesprochen, ist die Online-Konkurrenz, die natürlich deutlich hochmargiger arbeiten kann und natürlich viel besser expandieren kann und nicht auf das Filialnetz angewiesen ist, da man da dann mit anderen Filialen oder Konkurrenten zusammenarbeiten kann und dann so ein bisschen sich die eigenen Filialen spart. Das Unternehmen selber, Vielmann selber, ist auch im Online-Geschäft tätig, hat jetzt zuletzt im letzten Geschäftsjahr knapp 100 Millionen Euro umgesetzt, das sind knapp 5% des Gesamtumsatzes. Auf niedrigem Niveau wächst dieser Online-Umsatz natürlich schnell, aber das Hauptgeschäft ist tatsächlich das Einzelhandel-Optiker-Geschäft von Vielmann und das ist natürlich auch das Geschäft, wofür man das Unternehmen kennt. Als letzten Punkt, Abhängigkeit vom Konsumverhalten. Also ich merke es selber tatsächlich nicht, aber Brillen werden halt relativ oft als nicht essentielle Artikel betrachtet, sodass man in schwierigeren Phasen, in Hochinflationsphasen, wo das Geld vielleicht mal ein bisschen knapp ist, wo man mit dem Konsum generell so ein bisschen zurückgeht, kauft man sich vielleicht nicht alle drei Jahre eine neue Brille oder schließt das Abo bei Vielmann vielleicht doch nicht ab, sondern kauft sich doch irgendwie dann doch eine günstigere Brille irgendwo anders, weil es einfach als nicht so essentielle Artikel angesehen werden. Ich wollte gerade sagen, da sprichst du am besten du über. Das stimmt natürlich so nicht, aber was damit gemeint ist, ist, ich kann ein Investment in meine nächste Brille halt aufschieben. Also wenn die Konjunktur gerade nicht so gut aussieht, eine Brille ist teuer, also eine Brille, klar eine Standardbrille, wenn man keine große Sichtschwäche hat, ist relativ günstig, aber da wo das Geschäft gemacht wird, das sind teure Brillen, dann geht es oft um teure Gläser und da kann man für eine Brille auch mal 500.000 und 1.500 Euro ausgeben und das ist natürlich, dann kann ich dann natürlich gut aufschieben, wenn es gerade ein bisschen knapp ist und wenn es gerade nicht so gut läuft, das kann ich aufschieben, dann muss ich ja meine Brille halt länger tragen. Sieht vielleicht nicht mehr so schön aus, ist nicht mehr der neueste Trend, ist nicht mehr modisch und so weiter, aber ich kann sie weiter tragen, ich kann sie auch reparieren lassen, das heißt, man kann dieses Konsumverhalten aufschieben, ist nicht wie Nahrung, die ich auf jeden Fall heute brauche, weil sonst sieht es schlecht aus, entsprechend man kann es aufschieben, aber es gibt dann Nachholeffekte, das ist immer das Gute und natürlich so eine etablierte Marke ist natürlich auf alle Fälle da, ich denke mal, was hier auf der Pro-Seite auch so noch zu sagen ist, es gibt eine ganz krasse Kundenbindung bei vier Mann, wer da einmal drin ist, bleibt in der Regel dabei, die wissen, kennen meine Brillen, ich kann die reparieren lassen, sie reparieren auch vieles for free, sie pflegen auch sehr viel for free, man kann immer reingehen und sagen, hier, guck mal kurz meine Brille, zieh die mal nach, macht sicherlich auch jeder andere Optiker, aber trotzdem hat das eben dieses Image und man macht es sich einfach einfach so und klar, aber letztlich die Abhängigkeit vom Konsumverhalten ist letztlich da und Dirk W. macht noch einen kleinen Test mit uns, in welcher Stadt war die erste vier Mann, vielleicht haben wir vorhin gesagt, Cuxhaven, genau, wir fragen das später ab, genau, in diesem Sinne, das war, vielen Dank für die Sammlung, Tom, wir haben, wie gesagt, heute noch für alle Aktienclub-Mitglieder, wieder die Aktienwerkstatt, heute zum Thema Medizintechnik, also meine Branche, wo ich herkomme und gucken heute in verschiedene Unternehmen der Medizintechnikbranche rein und dann nächste Woche, Donnerstag, haben wir wieder Investmentwerkstatt, da zum Thema wieder TWS, Teil 3 dann, wir gucken uns noch tiefer in die, oder gucken uns noch tiefere Teile der Handelsplattform an und ja, sehr gern, vielen Dank für euer Feedback, jetzt geht es gleich rüber zu Carlos mit dem nächsten Thema heute, dann Tagstrategie gegen die Gnale und in dem Sinne nicht 3, 3, Untertitelung des ZDF, 2020